Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück zu SMW Hacks. Der heutige Hack heißt Vanilla Made to Order und ist der erste Hack auf dem Schwierigkeitsgrad. Normal! Erstellt wurde er von der lieben Gamma V. Ja, ich habe jetzt meine Recherchen getätigt. Es ist ein 34-jähriges Fräulein. Gamma V habe ich ja in den letzten paar Folgen mal so minimal erwähnt und ich habe ja früher einige Hacks von ihr spielen dürfen. Und ich dachte irgendwie so, wie der so in seinen Leveln drauf war, so wie er seine Level gemacht hat, dachte ich irgendwie, das wäre irgendwie so ein, keine Ahnung, 16, 17-jähriger Bastard, der mir das Leben zur Hölle machen will. Aber nein, es ist ein 34-jähriges Fräulein. Gut, heißt das jetzt, dass ich sie nicht dissen darf? Wäre das dann sexistisch? Ob ich sie heute dissen muss oder nicht, werden wir jetzt gleich herausfinden, indem wir mal auf die Taschen drücken und loslegen. Ja, bevor ich loslege, möchte ich ganz gerne etwas sagen. Und zwar werde ich mir einen Joker vorbehalten für jedes Level. Und zwar werde ich einen Safe State pro Level verwenden, sofern das Level nicht machbar erscheint. Checkpoints sind ausgenommen, also ich mache, bei Checkpoints mache ich ja immer einen Safe State, ist ja logisch, ne, aber fernab von dem Checkpoint werde ich irgendwo, wenn ich der Meinung bin, dass ich es nicht anders schaffe, einen Safe State machen, ne. Weil es ist der Schwierigkeitsgrad normal und ich rechne ab dem Moment mit Mord und Totschlag und einer Menge Bullshiterei. Besonders bei Gamma V, die hat mir schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie es kann, beziehungsweise auch nicht kann. Also, es waren, es waren eher technische Probleme, es waren nicht die Level selber, sondern die Framerate war ziemlich am Arsch und hat dadurch die Level extrem schwierig gemacht. Der, ja, hier gibt es keine Story, nur eine Kollektion von Vanilla Level, das stand ja auch in der Videobeschreibung, wie man gesehen hat. Habe ich auch nicht gesagt, tut mir leid, 14 Level gibt es. Und, äh, ja, es sind Vanilla Level, unter Vanilla versteht man, meiner Meinung nach, Level, die fast komplett auf Custom-Modifikation verzichten. Also, pure, pure Assets vom Originalspiel, nur minimal verwendete Sachen von anderen Sachen, so verstehe ich das. Also, es ist ein reiner Super Mario Hack. Wir werden jetzt wahrscheinlich, ähm, keine, ja, keine Assets, keine Objekte von, von Megaman oder von Donkey Kong sehen oder so. Also, so verstehe ich das zumindest. Wenn ich natürlich Bullshit erzähle, dann könnt ihr mich gerne korrigieren, aber, ja, also es ist jetzt nicht so, dass alles irgendwie nach Vanille oder so schmeckt. Ja, also, Geschmacksfernseher habe ich ja nicht, aber vielleicht habt ihr den. Aber das ist das, an was ich immer so gedacht habe, als ich Vanilla irgendwo gehört, gelesen habe. Sowas gibt es ja auch bei, bei Minecraft. Also, generell in der Mod-Szene bezeichnet man, glaube ich, Vanilla-Zeugs, äh, bezeichnet man etwas als Vanilla, wenn es halt sich so gut, wie es geht, aufs Original verlässt. Wie man ja jetzt, ouch, das ist schon mal Premium, wie man ja auch hier sehen kann, bis jetzt noch alles sehr originalhaftig. Falls ich dann mal hier an der einen oder anderen Stelle kurz ruhig bin, verzeiht es mir, Büte, denn, Schwierigkeitsgrad normal, ich hab, ich muss, sorry, ich muss es, muss es echt zugeben, ich hab extrem Schiss, weil, wie gesagt, ich hab schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber, da die ersten Level hier vielleicht noch ganz okay sind, ja, guck mal, hier ist doch der Checkpoint, kann ich ja noch kurz was zu der letzten Folge sagen. Ähm, und zwar hat der liebe Alpha mir gesagt, dass, äh, ich mich am Anfang versprochen hab. Das haben wir natürlich über WhatsApp geklärt, aber ich wollte das hier nochmal ansprechen, weil ich das extrem lustig finde. Und zwar hab ich am Anfang der letzten Folge gesagt, es ist der letzte Hack auf dem, ups, auf dem Schwierigkeitsgrad hart, obwohl es ja eigentlich leicht war, ne, das hat ja schätzungsweise jeder mitbekommen. Der Witz ist, dass ich mir die Folge dreimal komplett angehört habe, bevor ich sie letzten Endes hochgeladen habe. Das war ein schönes Level. Hat mir sehr gut gefallen, also von der Gegneranzahl und der Länge her und dem Checkpoint, das war optimal fürs erste Level. Ähm, ja, ich hab mir die Folge dreimal komplett angeschaut und ich hab's nicht mitgekriegt. Ohne Scheiß. Und das ist lustig, weil, was sagt das über meine Kontrollfähigkeit aus? Keine Ahnung. Aber okay, wenn ich's gemerkt hätte, hätte ich was machen können. Ich hätte eine Sprechblase hinmachen können, aber so schlimm war das jetzt ja nicht. Was mir tatsächlich auch gefallen ist, ist, dass es zwei, dreimal im Video Störungen gab. Also da war das Video für einen kurzen Moment verpixelt. Das lag höchstwahrscheinlich an meinem Renderprogramm, weil das war ja ne extrem lange Folge und ich hab ja während des Renderns noch Chrome aufgehabt und so. Kann sein, dass das auf, dass das Renderprogramm mal kurz irgendwie nen Hustenanfall hatte oder so. Vor allem beim ersten Mal war das extrem lustig, weil es ja an der Stelle war, das hier, ich weiß nicht, ist das Original, diese bunten Blöcke hier? Ähm, die erste Störung kam in diesem Kotz-Level. Da, da, als ich das gesehen hab, dachte ich so, ja, da, da, da muss selbst das Renderprogramm kotzen bei dem Level. Ey, super. Aber, ähm, ja, da es, da es ja dann noch mehrfach passiert ist, denke ich, das, das war einfach ein Render-Fail. Und naja, klar, ich, ich hätte es, ganz ehrlich, ich hätte es nochmal rendern können in der Hoffnung, dass es nicht passiert, aber es geht ja nur um wenige Sekunden und ich will ja, wie gesagt, meinen Perfektionismus ablegen. Also, vor, vor ein, zwei Jahren, da hätte ich es eiskalt nochmal gerendert. Also, da gibt es wirklich Let's Plays, die habe ich, keine Ahnung, wirklich sechs, sieben Mal gerendert und kontrolliert, bis ich sie letzten Endes hochgeladen hatte. Obwohl, da, da, da ging es um Sekunden. Da, 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 da gab es dann so 20 Minuten Folgen, wo eine Textbox nicht richtig von mir übersetzt wurde oder zwei Sekunden wurde der Sound nicht hochgedreht und ich dachte mir, hey, ich wollte doch aber da den Sound hochdrehen, beziehungsweise ich habe ihn nicht optimal hochgedreht und dann habe ich wegen zwei verfickten Sekunden die komplette Folge nochmal gerendert und kontrolliert. Also, eine komplette Stunde nochmal in diese Folge investiert, wegen zwei Sekunden und was hat es mir gebracht? Nichts. Rein gar nichts. Den meisten fällt es ja noch nicht mal auf. Und dann heißt es wieder, ja, Let's Plays machen, das ist ja voll einfach. Du musst dann nur drei Sachen anklicken und dann hast du das... Ja, natürlich! Wenn der Mainstream keine ordentlichen Videos macht, natürlich denken dann alle, dass Let's Plays keine Arbeit ist. Also, zugegebenerweise, es gibt wirklich... Das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert mit den Gegnern hier. Wobei, der fällt runter. Okay, ich habe nichts gesagt. Ähm, klar, also Let's Plays auf YouTube, das ist schon mit das einfachste, was man tatsächlich machen kann, neben Vlogs. Also, gut, ich meine... Vlogs von anderen Menschen bestehen ja aus perfekt zusammengeschnittenen, äh, Sätzen, also... So ein Vlog an sich ist ja eigentlich einfach. Man macht die Kamera an und redet. Aber klar, wenn man sich natürlich selber perfekt zusammenschneiden muss, dann je nachdem, wie viel Sprachfehler man hat, muss man dann natürlich mehr Zeit investieren. Aber ja, also, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Ja, Let's Plays ist nicht das Schwerste, aber es kommt halt... Oh, da kann ich da einen Drehsprung machen? Ah ja, okay. Es kommt halt aber auch noch drauf an, ähm, ja... Also, man kann da eine Menge hausholen. Bei vielen Let's Playern ist es seit Jahren so, so wie... Also, bei Pete's Meat und Konk und so weiter. Äh, die haben zum Beispiel so das Problem, dass deren... In-Game-Cutscenes extrem leise sind. Also, die spielen irgendwas, was heißt nicht, Fallout oder Mass Effect, Final Fantasy... Und die Zwischensequenz ist hundertmal leiser als ihr... ihr... ihr Headset. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Zwischensequenz kommt, muss ich die Fernbedienung in die Hand nehmen, lauter machen... Und wenn sie dann in die Zwischensequenz reingeredet haben, muss ich wieder mit der Fernbedienung rumspielen und es wieder leise machen, weil sie hier reingeredet haben. Also, der Sound war halt nicht optimal und da... ich mach das beispielsweise da einfach besser, muss man einfach sagen. Ich drehe die... die Sound... die... die Zwischensequenzen nochmal separat hoch, ne? Das ist so eine Sache. Es ist an und für sich nicht, wirklich nicht viel Arbeit. Aber, ja, ich mach's halt, andere machen's nicht und dadurch mach ich eigentlich bessere Videos. Aber okay, wem erzähl ich das hier eigentlich? Also, das... das sind so... so Monologe, die führe ich tagtäglich in mir, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Also, ich versteh's nicht, ich versteh's nicht, aber ich will jetzt auch nicht in... wieder mal auf die Off-Topic-Schiene kommen. Was wollte ich sonst noch sagen zum anderen Video? Ja, genau. Mit der Punktzahl bin ich letzten Endes doch ziemlich zufrieden. Also, nachdem ich mir das Video dann zwei, drei Mal angeschaut hatte, fand ich die vier Punkte auf der Seite dann doch gerechtfertigt. Also, die 4,5 würde ich tatsächlich auch auf 4 zurückstellen. Aber gut, ich hab's in der letzten Folge gesagt. Also, ist das quasi für mich in Stein gemeißelt. Da kann man ja nicht einfach so seine Meinung ändern. Aber ich hab quasi kein schlechtes Gewissen, dass ich auf der Internetseite dem Hack ne 4 gegeben hab. Weil die letzten fünf Level waren einfach nervig und scheiße und irgendwie komisch und nicht so cool wie die anderen. Zu viele Gegner, die Bosse haben mich genervt. Also, es hat ja... Okay. Also, mich interessiert ja mal schon, wie das hätte eigentlich sein sollen. Deswegen werde ich mich jetzt mal umbringen. Ähm... Ja, es hat ja bei den Thworms schon angefangen, ne? Bei diesem Stein da, wo ich diese Bomben hochwerfen musste. Und ab da war das Ganze nicht mehr so cool. Von daher fand ich, finde ich, die vier Punkte schon gerechtfertigt. So, sonst noch irgendwas? Ich denke, das war alles, falls mir noch was einfällt, ne? Ähm, ja. Dann mach ich das so. Genau, so hat er sich das gedacht. Okay. Ähm, also, so, als Spieletester würde ich jetzt mal... Also, ich bin ja jetzt kein offizieller... Natürlich war das kurz vorm Ende. Als inoffizieller Spieletester würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Bug, oder? Das ist nicht... Ja. Das ist jetzt etwas, wo man sagen könnte, das könnte man im Nachhinein noch korrigieren. Aber okay. Ja. Erster Druck bis jetzt. Es ist sehr, sehr angenehm. Kasse Musik wurde ja auch in die Videobeschreibung geschrieben. Also, darf man das in einem Vanilla-Hack machen? Anscheinend. Ich hab ja keine Ahnung. Sie ist ja schon seit 2010 in dieser Szene. Also, auch schon quasi ein Urgestein. Bei SMB Central. Wenn die das so macht, dann... Weiß ich nicht. Dann nehm ich das jetzt einfach mal so hin. Aber ja, äh, was wollte ich gerade noch sagen? Schwierigkeitsgrad ist echt gut. Also, äh. Es ist nicht schwerer als die anderen Hacks. Es ist stellenweise sogar einfacher, finde ich. Ja? Die Level sind, finde ich, sind sehr, 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 sehr schön. Also, klar, Vanilla-lastig. Sie, sie, sie haben schon so ne, so ne, wie soll ich das sagen? Einzigartigkeit ja doch. Also, ich finde, jedes Level hat so, so seinen Charme und hat auch wirklich genug so zu bieten. Also, hier hast du natürlich so diese, das sind Korallen, ne? Ja, das, das müssten Korallen sein. Ich hab ja in der letzten Folge irgendwie behauptet, das sind da vielleicht Korallen. Ich glaub, das hier sind Korallen. Ähm. Ja, also, du hast, du hast schon ein paar Objekte hier drin. Ab und zu hoch, ab und zu runter. So ein paar Berge und so weiter. Äh, es, es gefällt mir sehr. Das, das sind so Level, die könnte ich mir auch in nem... in nem, ähm, richtigen, offiziellen Nintendo-Spiel vorstellen. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man muss ja dazu sagen, dass der, der letzte Hack, den ich von ihr gespielt hab, das war ja so 2016, 17 oder so. Natürlich kann man sich da noch verbessern. Dann wiederum, wie gesagt, das ist, es ist Ansichtssache. Schaut euch einfach das Let's Play an. Man muss ja auch dazu sagen, dass ich damals keine Safestates verwendet hab, weil ich da sehr stur war. Sprich, das Ganze war dann noch um Weitens schwerer, als es hätte sein müssen. Aber ja, Safestates, ich finde, das sollte man auch nicht als, äh, Spieleentwickler voraussetzen, dass jeder Safestates verwendet. Es sei denn, es ist halt ein Kaizo-Hack oder so. Dann vielleicht aber hier, hier hab ich auch momentan nicht so wirklich das Gefühl, dass man... Ach, die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich könnte euch jetzt... Oh mein Gott! Moment mal. Ich könnte euch jetzt nicht das Spiel sagen... Wasserspiegel, haben wir nicht, haben wir nicht davon gesprochen? Es ist halt so lustig, weil jetzt muss ich... Das erinnert mich gerade sehr an den Super Mario Maker 2 Trailer, aber ich glaub, der Hack kam vorher raus, ne? Und ich meine, sie hat ja sicherlich auch ein paar Tage daran... Ah, hier, das meine ich. Ein paar Tage daran gearbeitet. Äh, Frame Rate. Die fucking Frame Rate. Das... Das... Das ist halt... Das ist halt wirklich ein... Ein... Ein Atmosphäre-Killer, wenn dir das passiert. Ja, ist da jetzt noch was drin oder nicht? Werden wir es herausfinden? Ist der zeitgesteuert? Ja, okay. War mir jetzt nicht sicher. Kann ja auch sein, dass... Dass der Wasserspiegel an bestimmte Punkte fixiert ist. Also quasi so nach dem Motto, wenn du diesen Punkt überschreitest, geht das Wasser hoch und dann geht es wieder runter und so, ne? Ah, ja, ja. Es ist schade. Das Level an sich ist gut, aber es leidet unter der Bildrate. Ach, leider, leider. Das könnte ein bisschen dynamischer sein. Ja, das ist halt so die Frage, wie kann man das vermeiden? Es ist natürlich so ein Nintendo-Oldschool-Game-Ding, ne? Damals, da war die... Ja, die Leistung natürlich limitiert. Und wenn da eben halt so viel auf dem Bild passiert ist, dann... War das so ein Scheiß. Beziehungsweise manchmal war es sogar vorteilhaft bei so Bullet-Hell-Shootern oder sowas. Weil du ja dann besser ausweichen konntest, ne? Aber hier, ja. Also gutes Level, aber leider technische Probleme. So ein bisschen. Bepp! Beuuuup! Ach, fuck, das Bonus-Game. Ja, lass mal so ein bisschen hier unser Glück ver... Arsch, arsch, ja? Schade, schade, schade. Hätte ja was werden können. Bep, 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 bep welp, bep, bep, bep. Chuchuchuchuchuchuch. Bing! Okay, so. Welches... Das wie vielte Level war das jetzt? Bep, 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 six, sieben oder irgendwie sowas, ne? Okay. So. Ach, guck mal. Wir bleiben sogar im selben... Bildabschnitt. Okidoki, jetzt mal ein bisschen Wüstenstyle hier mit schöner Wüstenmusik, wobei könnte auch Canyon-Musik sein aber das nimmt sich ja beides nicht so viel, spielt ja beides in einem Ödland aber ich finde es bei solchen Liedern ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge auch so dieses diese Strandthematik ich finde es doch recht interessant wie wir alle dasselbe so ein bisschen damit assoziieren ich meine, man könnte ja auch sagen so ja, das erinnert mich jetzt irgendwie an an Winterlandschaft oder sowas, nein, 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 man hört Strandmusik und man denkt automatisch an einen Strand oder halt andersrum man sieht einen Strand und hat dann so eine Musik im Kopf, das ist echt fasziniert so, schöne, schöne Feder kann ich aber hier nicht so wirklich gut einsetzen, also ich kann nicht so schön fliegen dafür ist Leidograinplot da EU ah, oh, oh, oh da habe ich in letzter Sekunde doch den Boost aktiviert sehr gut, fühlt sich jetzt ein bisschen ja, die letzten paar Meter haben sich ein bisschen Überall und gepatet angefühlt, aber war auch sehr, sehr schön, also das ist wirklich ein schöner, schöner Hack, den man so mal so zwischendurch schnackeln kann Ich könnte mir auch vorstellen, das zu Speedrun, also, falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen Twitch-Channel, da habe ich vor 2-3 Jahren regelmäßig live gestreamt, live gestreamt, sagt man das so, live streams getätigt, so, Sommer 2016 bis, puh, bis März 2017 oder so, also so ein halbes, dreiviertel Jahr, jeden Tag so zwischen 6 bis 15 Stunden. Hat es mir letzten Endes irgendwas gebracht? Nö. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich da noch schlechtes Internet hatte, das ist jetzt besser, aber, ja, ich, ja, ich, Streams sind für mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe in mehreren Folgen, die jetzt noch nicht veröffentlicht wurden, mal meine Meinung dazu gesagt, deswegen hier mal die Kurzfassung. Ich kann mir keine Livestreams von größeren YouTubern, ja, von größeren Leuten angucken, für mich sind große Streamer einfach nur Prostituierte, weil sie meistens nichts tun, sondern sich nur die ganze Zeit irgendwie hinsetzen und, also sie, sie versuchen etwas zu tun, sie versuchen etwas zu spielen oder so. Und alle zwei Sekunden ploppt dann so eine dämliche Alert auf, von wegen Person XY hat dir Geld gespendet, Person XY hat dir gefollowed, hat dir subscribed, bla bla bla. Und ein Livestream von großen YouTubern sieht folgendermaßen aus, ich versuche das, ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein großer Livestreamer. So, Leute, wir springen jetzt mal hier lang. Oh, Pipi, vielen Dank für deinen Follow. So, ach, guck mal, jetzt haben wir das Level geschafft. Hey, Joe, danke für deine 5-Euro-Spende. Hey, Ingo, danke, dass du mich gefollowed hast. Ey, Tarzan, danke für deine 5-Euro-Spende. Also, die ganze Zeit rumsitzen und sich bedanken und bedanken und bedanken. Natürlich, klar, ist es natürlich gut, wenn man sich bedankt und so weiter, aber diese ganzen Leute, die können doch auch spenden, wenn der Stream offline ist. Aber nein, die wollen alle Aufmerksamkeit haben und so weiter. Also, ich mag... Ich glaube, das ist mega, man. Autsch, da sterbe ich gleich vor Verblüfftheit. Ich mag Streams nicht und mir haben Streams selber nicht viel gebracht. Äh, da vielleicht auch mal in mein... Ja, schaut in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da mal ein Video, wo ich mal ausführlich über Livestreams geredet habe. Also, wenn ihr jetzt hier... Wenn ich jetzt hier so ein paar Mario-Interessenten finde und die sich jetzt so sagen, yo, ey, ich würde mir Livestreams von dir anschauen, mit Garantie... Ich würde garantieren, dass ich mir das wirklich gebe. Dann können wir das gerne machen. So Mario-Hack-Livestreams oder... Äh, ja, Super Mario Maker 2 Livestreams. Oder halt irgendwas anderes. Also, wenn mir da wirklich Leute zuschauen würden, dann würde ich auch tatsächlich wieder mit Streams anfangen. Aber... Ach, kann mich mal wieder einer erschießen. Ich hätte schwören können, dass ich gespeichert habe. Aber so... Aber so... Ach... Äh... Ne... Es macht mich nur aggressiv, ganz ehrlich. Also, hier auf YouTube nicht gefunden zu werden und sehen zu müssen, wie deine Videos nicht beachtet werden, und das tut schon extrem weh. Aber wenn du live bist und quasi live auf Zuschauer wartest, dann... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft ich schon gedanklich zum Strick gegriffen habe, als ich live... Als ich Streams gemacht habe. Ne! Äh... Das ist... Das ist nix, Leute. Das ist nix für mich. Also, momentan nicht. Wie gesagt, vielleicht eines Tages. Aber ich habe so das Gefühl, als würde es von... Von Tag zu Tag immer schlimmer werden. Twitch ist ja im Vergleich zu... Zu... Äh... Ist ja in den letzten zwei Jahren quasi nochmal extrem gewachsen. Und ich habe so das Gefühl, als würde... Als wäre das irgendwie alles noch schlimmer geworden. Von daher... Ich denke nicht, dass ich jemals ein... Ein regelmäßiger Streamer sein werde. Jetzt habe ich aber gespeichert. Ne, genau. Es sei denn, wir kriegen vielleicht mal die 100... 200 Euro zusammen. Auf Patreon. Da habe ich ja hingeschrieben, dass ich dann... Durchaus regelmäßige Livestreams... Machen würde. Das ist halt so das Ding. Weil dann weiß ich ja, dass Leute Interesse daran haben. Aber... Wenn Leute wirklich... Absolut gar kein Interesse haben, dann... Dann... Dann sind Livestreams einfach nur für mich eine Bloßstellung. Und so... Ich fühle mich da wie so ein Tier in so einem Käfig, der irgendwie ausgelacht wird. Das ist halt echt schlimm. Aber okay. Gott, ich rede heute schon wieder wie ein fucking Wasserfall. Ich mag diese... Hatte ich einen Speicherpunkt? Ich bin mir nicht sicher. Ich mag dieses... Industriehaftige. Das hat gar mal wie schon mal gebracht. Aber... Ich hatte keinen Speicherpunkt. Aber da konnte ich es nicht wirklich genießen. Weil das war ein extrem hartes Level. Ich glaube, das war so ein Level, da musste man eiskalt durchrennen. Hier hat man noch so ein bisschen Zeit zum... Zum Luft holen. Zack. Und es passt alles sehr, sehr schön zusammen. So diese Zahnräder... Ah. Gepaart mit den... Mit diesen... Ninjas. Ninjis. Irgendwie so hießen die. Und diesen... Lakaien. Hä? War hier mal irgendwas? Hm. Äh. Diese Lakaien von... Von Bowser. Das... Das passt alles sehr, sehr schön zusammen. Da bin ich verreckt. Genau. Wie gesagt. Ein Speicherpunkt. Ein Safe State Mode versetzen. Aber... Na! Uh! Ja. Gut. Gut, gut. Wobei... Ne. Oder? Ne. Ich wollte gerade sagen, das könnte auch aus Donkey Kong 1 sein. Da das bei Donkey Kong 1 sah das noch ein bisschen anders aus. Also ich tippe ja irgendwie auf Mega Man. Nicht, dass ich schon mal in den drei Mega Mans gesehen hätte, die ich gespielt habe. Falls ihr diese Assets kennt... Oh, shit. Da bin ich... Da bin ich mal richtig reingefallen. Falls ihr wisst, wo diese Optik her... Für sie... Stand... Herkommt... Stand... Tut... Tut... Ich kann nicht mehr reden. Schreibt es bitte gerne runter. Und da war's. Zu Ende. Ende im Gelände. Ne. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Badapp! Mäu-Rak! Sehr, sehr gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Ah ja, klar. Da oben ist ja noch ne Burg. Noch. Bald steht sie vielleicht nicht mehr, wenn ich hier durchgerasort bin. Uh. Halloween-Action. Oder was? Zählt das als Geisterhaus? Fragezeichen. Ich meine, Geister sind hier. Hoffentlich ist das nicht ihre Interpretation von einem Geisterhaus. Das würde ja bedeuten, wir haben wieder Rätsel-Action. Ach ja, das... Im letzten Hack war auch sehr, sehr interessant. Ich hatte ja da diesen... Safe-State vor dem... Fuck. Vor dem Geister-Boss. Und dann bin ich ja einmal so durch die Tür gegangen und wurde irgendwie komplett woanders hingeportet. Das war... Fick dich. Das war auch ein schöner Bug und das war jetzt hier nicht nett. Einerseits ist das Spiel gerade... Hat das Spiel gerade geleckt? Also mein... Mein Emulator. Und andererseits konnte man das doch jetzt... Das nicht so gut sehen, oder? Oder konnte man das sehen? Wir werden es gleich nochmal feststellen, ob man das sehen konnte. Ja, fucking Geister. Ah, ich dachte, da wäre ein Pilz drin. Okay. Das ist schon fies platziert, hm? Sehr, sehr fies. Gut, dann rase ich jetzt hier einfach durch. Zack. Zack. Äh, du da... Du konntest mich mal... Äh, nee. Ich glaube, das war hier, ne? Hat man schon gesehen. War wahrscheinlich einfach wieder zu doof. Zack. Zack. Mittelpunkt. Ach ja, jetzt... Ich hab gerade überlegt, wieso habe ich eigentlich das Thema Streams angesprochen? Genau, wegen meinen Speedruns. Das war ja mal so meine Idee, nachdem ich keinen Bock mehr auf normale Streams hatte, dass ich da mal so ein paar Speedruns machen wollte. Aber mein Speedrun-Repertoire ist halt noch extrem klein. In erster Linie wollte ich ja die... Okay. Machen wir es halt so. In erster Linie möchte ich ja diese ganzen Megaman-Speedrun, aber vorher möchte ich sie einmal blind auf diesem Kanal gespielt haben. Und bis jetzt habe ich nur drei gespielt. Ja. Ja, das ist der Wegen. Es ist... Es ist immer so schwierig. Ich würde das gerne immer in gewissen Reihenfolgen machen. Und... Ich kann natürlich den zweiten Schritt nicht vom ersten machen. Das ist der Wegen. Aber das hier, das wäre mal so wirklich so ein Hack. Da würde ich sagen, yo Leute, lass mal Speedrun. Aber das ist dann auch wieder so die Frage, wer... Wen das so interessieren würde. Kennt ja keiner so wirklich den Hack. Also normalerweise ist es ja so... Fuck. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, deswegen lass ich mich mal umbringen. Normalerweise ist es ja so, dass man etwas Speedrunnt und die Leute finden einen dann, weil sie dieses Spiel eingeben. Aber sowas sucht ja keiner. Destaviren. Aua. Okay. Das ist ein extrem krasser Football. Der weiß, was abgeht. Beziehungsweise der... Der Typ, der weiß, wie es abgeht. Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber er ist nervig. Egal, wie cool dein Name auch sein mag, du bist nervig. Also mag ich dich nicht. Oh Gott, okay. Jetzt fang... Fängt sie hier mit diesen... Abpassenden Gegnern an hier, oder was? Zack. Äh, da, 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 da. Okay. Diesmal ging's. Sehr, sehr schön. Schöne Atmosphäre. Liegt es leider ein wenig leise für meinen Geschmack. Liegt wahrscheinlich aber nur darin, dass ich mein Herz dazu leise eingestellt habe. Checkpoint. Zack, 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 zack. Nix drin, nix drin. Doch, hier. Na, kann ich die ordentlich nutzen oder verliere ich sie gleich wieder? Äh, kann ich dich? Ja, ich kann dich töten. Sehr gut. Boom. Boom. Die Frage ist jetzt natürlich, ob man dem Hack einen Punkt abziehen kann, wenn er zu einfach ist. Also wenn der Schwierigkeitsgrad normal sagt und der easy ist, beziehungsweise nehmen wir an, der Schwierigkeitsgrad würde hard sagen und du findest... Oh mein Gott. Egal, da ist das Levelende. Äh, nehmen wir mal an, das Spiel behauptet, es wäre hard und du findest das Spiel aber easy. Kannst du den Hack dann... Darfst du den Hack schlecht bewerten? Es kann ja auch einfach sein, dass du ein perfekt... Ein... Ein... Sehr guter Spieler bist, ne? Was ich jetzt natürlich hier nicht sagen würde. Aber... Ne? Der ist da wie... Schwere, schwere... An... Uh! Gelegenheit. So hat er sich das gedacht, hä? Ach, scheiße. Ne, ich will wissen, was da oben ist. Unbedingt. Wahrscheinlich ein Pilz. Es sollte ein Pilz... Ja, gut. Gut. Na, das der, das kann ich ja dann dementsprechend nicht verwenden. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Zack. Okay. Der trifft mich nicht. Der trifft mich auch nicht. Sehr gut. Kettensägen, Action. Haben wir auch lang nicht mehr sehen dürfen. Haben wir den, haben wir das überhaupt schon mal an dem Hack gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Zack. Hier könnte ich mal versuchen zu fliegen. Ja. Oh, nur leider bin ich kein Flugprofi, weil ich das so selten mache. Ja, ich denke, wir haben so ein bisschen was zeittechnisch rausschlagen können. Zeittechnisch. Jetzt rede ich schon, als wäre das ein Speedrun. Gottverdammt. Dabei wäre ich doch auch schon glücklich, wenn ich es so schaffen würde. Oh, yeah. Oh, guck mal, dieses, dieses Ende. Direkt an der Ecke platziert. Nice. Ich bin so stolz gerade auf mich. Dass das alles so schön funktioniert. Ich habe mich schon wieder schreien und weinen gesehen. Wenn wir schon beim Thema Weinen sind. Ich möchte es ja jetzt nicht in jeder Folge wieder erwähnen. Aber ich habe mir heute auch wieder so ein Tiervideo angeschaut. Da ging es irgendwie, ähm, um einen Trödler oder Penner. Ich bin mir nicht sicher. Irgendjemand, der oft am Straßenrand war, äh, haust, sitzt mit seinem Hund. Und die Leute aus der Nachbarschaft fühlen sich irgendwie, haben sich belästigt gefühlt oder so. Obwohl der, der Junge und der Hund, obwohl die beide gar nichts gemacht haben. Also es war, glaube ich, in Spanien oder so. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken, falls ihr das, also, raufklicken auf eigene Gefahr, okay? Es ist halt wirklich bitter. Die haben dann die Polizei gerufen. Und die sind dann, die, die Polizei ist dann zu diesem Jungen gegangen. Und der Hund, wie er, wie ein guter Hund es nun mal macht, hat die Polizei dann leicht angebellt, weil er Angst um sein... Autsch, hatte ich gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Weil er Angst um sein Herrchen hatte. Und... Die Polizei, einer von ihnen, hat den Hund dann auf den Boden gepinnt. Also ich weiß nicht wie, aber er hat quasi sein Gesicht... ...mit irgendwas... ...durchbohrt und an... ...den bürgerschen Deik gepinnt. Und der Junge ist dann natürlich komplett ausgerastet. Da habe ich mich dann so ein bisschen in ihm gesehen. Und dann haben sie ihn festgenommen. Also sie haben seinen Hund grundlos... ...quasi getötet. Und der Junge ist ausgerastet, weil sie seinen Hund angegriffen haben. Und die Polizei hat dann quasi... ...einen Grund gehabt... ...hier festzunehmen. Wahrscheinlich haben die sich dann auch in dem Moment so hingestellt. So von wegen... Ja, seht ihr? Der ist gewalttätig geworden. Deswegen haben wir ihn gefangen genommen. Das wäre so ein typisches Real-Life-Szenario... ...aus meinem Leben. Die Leute machen mich aggressiv... ...und dann tun sie so, als hätte ich angefangen. Und naja... Das... Das war so die Geschichte. Ich habe dann erstmal... ...völlig emotionsgeladen... ...in die Kommentare geschrieben... ...dass ich jetzt einen Menschen-Holocaust haben will. Ich möchte, dass diese ganze verfickte Scheiß-Spezies ausgerottet wird. Also das kann es echt nicht sein. Weil der Typ hat ja dann auch gemeint... ...so dass... Ja, das geht nicht. Also klar geht es nicht. Aber es ist dann nochmal gut natürlich... ...wenn man das dann so im Video hört... ...dass selbst der Typ, der das Video gemacht hat... ...der Meinung ist... ...dass die Polizei da ihre Autorität missbraucht. Also der hat ja nichts gemacht. Der Hund hat nichts gemacht. Der Typ hat nichts gemacht. Und trotzdem... ...haben sie den Hund einfach getötet. Boah, ey, das... ...ne... ...ä... ...ich... ...mein... ...mein Hass... ...mein menschlicher Hass... ...und jeden Tag stärker. Ich sage euch Leute, wenn ich den Knopf finde... ...wenn ihr eines Tages... ...aus dem Fenster schaut... ...und auf einmal so eine riesen... ...huch, da ging es sogar rein... ...so eine riesen Wolke seht oder so... ...auf einmal... ...wurde es draußen ganz, ganz... ...hell. Und plötzlich ist überall... ...Gift... ...in... ...in der Luft oder so, ne? Dann könnt ihr euch sicher sein, Leute... ...hab ich den roten Knopf endlich gefunden... ...und ich hab ihn mit Freude gedrückt. Ich hab diesen Planeten quasi mit Freude gerettet. Naja, ja... ...so, das Level fand ich jetzt nicht so... ...mhm... ...spektakulär, ne? ...wahr da... ...wahr da... ...wahr machbar... ...aber war jetzt nicht so... ...meins. Ich find die... ...diese... ...die... ...die Tatsache, dass wir hier... ...nicht einmal diesen Bildschirm verlassen... ...find ich irgendwie lustig. Lemmy smash! Ja, lass mal... ...lemmy smashen, ne? Das ist... ...wieder mal Yoshis Island Musik. Ah! Leck, leck, leck! Uh, uh, okay... ...gut, ja. Äh. Doofe Stelle. B-b-b-b-b... Uh! Der ist ja extrem hochgesprungen. Holy shit, ey. Dann... Ne, so geht's auch nicht. Muss da schon so rüberspringen. Und hier? Achso. Ich dachte jetzt, dass die Flamme mich vielleicht trifft. Ne, alles gut, alles gut. Ah, da auch. Oh! Ah! Äh, ne. Oh! Ach, komm schon. Der Millimeter da. Der blö... Böse, böse Millimeter. Ja, ähm... Die Musik ist natürlich... Ich hab's ja eben gesagt. Man... Man kennt's. Aber... ...hat trotzdem so eine gewisse... Wie soll ich das sagen? Einen gewissen Wiedererkennungsmerk. Ich find die... Die Lieder hier... Sag mal, ist der Stein da... Verbuggt der da? Der da da... Guck mal, der steckt da irgendwie grad drinnen. Ähm... So von der Qualität her. Hat so leichte... Echo-Schall-Effekte drin. Ganz, ganz cool. Also nicht nur jetzt hier in diesem Level, sondern nur mal gemein hier in diesem Hack. Okay. Da, so ein bisschen Gleit-Action. Die wissen schon, wieso sie mir das gegeben haben. Oh, okay. Okay. Rüber. Okay. Da funktioniert. Von euch lasse ich mich nicht bullshitten. Oh! 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 Das war knapp. Ah, schneller. Dankeschön. Grad noch rechtzeitig. Äh, da... Da gibt's ne Yoshi-Münze. Brauch ich nicht. Will ich nicht. Zack. Und... Kann es sein, dass das schon das Ende ist? Ja, ne... Ich glaub hier... Hier hört man's nochmal ganz gut raus so. Es ist halt auch irgendwo ein Remax. Ziemlich cool. So ein bisschen, als hätte man die... Äh, ja, die... Die Lieder quasi geremastert, ne? So könnte man das auch sagen. Ja, geil, ey! Also wenn das jetzt alles war, dann... er sich einen Besen, weil dann komme ich mir extrem geil vor. Und geile Menschen essen Besen, wie wir alle wissen. Und dann stecken ihnen sich in den Arsch. Manche haben ja wirklich man sagt eigentlich einen Stock im Arsch, aber wahrscheinlich ist es der Besen. Äh, Moment. Es geht nicht weiter. Gut, dann muss ich wohl zählen. Ah, ich kann noch die Bogen hier nochmal betreten. Das ist ein netter, kleiner Faktor. Er hat so ein bisschen den Wiederspielwert. Geht ja normalerweise nicht. Okay, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Ja. Cool. Ich habe leider nicht auf die Uhr geschaut, aber ich würde sagen, das war eine knackige halbe Stunde oder so. 30, 40 Minuten. Wow. Ja, äh, tut mir leid, falls ich da jetzt so ein bisschen zu viel Off-Topic geredet habe. Ich hoffe, das hat jetzt keinen gestört. Was sagen wir letzten Endes zu diesem Hack? Also, ja, Schwierigkeitsgrad technisch ist jetzt so die Frage, ne, bin ich jetzt einfach besser geworden? Bin ich jetzt geil oder war der Hack jetzt nicht so schwer? Ich würde sagen, der Hack war jetzt nicht so schwer. Ja. Hm. Die Level an sich, wie gesagt, ich kann mir, konnte mir so gut wie alle auch in einem offiziellen Mario vorstellen, in einem offiziellen Mario-Spiel. So Power-Up-technisch, Checkpoint-technisch, die Hürden, die Gegneranzahl, das, also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von, von Hex hätte und so weiter und mich jetzt hier quasi einfach jemand hingeworfen hätte und mir gesagt hätte, jo, hier, spiel mal irgendwie Mario, dann hätte ich jetzt gesagt, jo, okay, ist das jetzt Super Mario Land 3 oder sowas? Also, so hat sich das angefühlt. Natürlich, äh, fehlt da jetzt noch ein bisschen was, also die Originalspiele sind natürlich ein bisschen länger und so weiter und so fort. Aber es hat sich sehr gut angefühlt, sehr, sehr klassisch. Vanilla-mäßig eben, also, Vanilla, Fragezeichen, wurde es erfüllt? Ich würde sagen, ja, dafür schon mal ein Riesenhäkchen, ein Riesensternchen. Ähm, Verbesserungsvorschläge? Pfff. Naja, also, es gab, wie gesagt, jetzt hier ein, zwei Level, die fand ich jetzt nicht so aufregend, aber das heißt ja auch nicht automatisch, dass die irgendwie schlecht waren. Also, ich bin vollkommen zufrieden. Ja, stellt man sich jetzt so die Frage, soll ich jetzt fünf Sterne geben? Ähm, ne, also, wie gesagt, ich bleib dabei. Fünf Sterne ist Perfektion und irgendwie möchte ich mir diesen fünften Stern noch ganz gerne aufbehalten. Ich warte wirklich auf einen Hack, wo ich die ganze Zeit irgendwie mit, mit, mit offenen Äugleien... Wieso klingelt jetzt mein Handy? Also, ich hab mir garantiert keinen Hinwecker gestellt, aber vielleicht hab ich den mal vor einer Woche irgendwie gestellt. 16.08. 16.08. Hä, ich hab keine Ahnung. Ähm, was wollte ich grad sagen? Ja, ich warte noch auf, auf diesen einen Hack, wo ich die ganze Zeit quasi mit offenen Äugleien und mit dem offenen Mund da sitze und mir bei jedem Level denke, wow, 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 wow. Und das war einfach bei dem Hack hier nicht. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich werde mir diesen Hack definitiv abspeichern und für einen kommenden Speedrun aufheben. Ja, wie gesagt, äh, ihr könnt gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr mein Video zum Thema Livestreams, das Hunde-Video und den Link zu meinem Twitch-Kanal. Und falls sich dann mal in 100 Jahren ein paar Leute dazu bereit erklären würden, mir bei einem Livestream zuschauen zu wollen, dann können wir gerne unter anderem sowas vielleicht mal Speedrun. Ja. Also, ich geb dem Hack ne 4. Das war schön. Das war schön. Ach ja, jetzt fällt's mir ein. Ja, wie gesagt, 2-3 Level hatten leichte Framerate-Probleme. Kammer-Wie-Phänomen. Nein, anders hätte ich's auch nicht gewollt. Also, der Wiedererkennungswert ist da. Nur ist er nicht unbedingt in dem Fall positiv. Aber ja, es ist eine gute 4. Kein perfekter Hack, kein mega, ultra, super, wow-Effekt. Aber es hat alles eingehalten, was es versprochen hat. Vanille auf Bestellung. So hieß ja, heißt der der Hack auch quasi. Ja. In diesem Sinne, ihr kennt den Salat. Schreibt eure Meinung runter oder auf dieser Internetseite. Ansonsten sieht man sich dann nächste Woche wieder. Und denkt dran, demnächst ab dem 8. März Devil May Cry 5 und Resident Evil 2 Remake. Also, dann gibt's wieder ordentlich mehr Content hier auf diesem Kanal. Und ein Musikvideo ist auch schon wieder in Planung. Das wird dann, ich denke, so Ende März, Anfang April kommen. Ich liebe diese Momente, wenn ich Musikvideos uploade. Weil das sind so Videos, da investiere ich wirklich 20, 30 Stunden bis hin zu 50 Stunden rein. Und es ist einfach geil. Das ist so, für mich ist das so, ich hau das so auf den Tisch und sag mir so, So, jetzt schaut mal alle her. Hier, guckt, was ich kann. Guckt, zu was ich imstande bin, ihr Bastarde. Und dann bin ich wieder traurig, weil sich's keiner anguckt. Aber, ja, ich bin auf meine Musikvideos sehr, sehr stolz. Also, da kann mir keiner was erzählen. Die sind wirklich gut. Ja. Ähm, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück zu SMW Hacks. Der heutige Hack heißt Vanilla Made to Order. Und ist der erste Schwierigkeitsgrad, der erste Schwierigkeitsgrad auf dem Level normal. Ja, so oder so ähnlich hätte man sagen können. Habe ich aber nicht. Habe ich doch. Oh Gott. Hahaha.